hallo ich will kommen wieder bei der nächsten folge von counter strike go und ja wir machen euch das schon mit dem net wenn ihr empfohlt dass ich machen was anderes dann schalten wir einfach in kommentare und dann machen wir dieses standard kein deathmatch noch hat denn also kurz warten bis die gegner spawnen weiß sonst gibt das es ist langweilig wo steckt wo steckt ihr da habe ich jemand gehört überraschung ich weiß nicht wie viel hat der leben ha ha ein bisschen besser zählen wird ja auch nicht gleich alter die ist gut ok tschüss danke gehst du voraus ok ich will immer noch am leben nein der hat mich weg geholt wie konnte es wie konnte er mich so weg holen das kann dies sein den nächsten gegner wo sind die nächste gegner oh oben ja mhm meine güte Komm. Ja, kleine Schopfschlüsse kann ich auch. Nein! Nice, du kleiner behinderter Arschloch. Nein, das kann nicht sein. Oh, oh, hier wird es gefährlich. Ja, das war meine... Na, da bist du weg, gell? Nein, da ist niemand, hab ich schon gedacht. Ich habe mich gesehen. Wo? Boah, ich habe mich gesehen. Ich habe mich gesehen. Ich habe mich gesehen. Ich habe mich gesehen. Ja, von... Oh, bekann ich auch, du kleiner. Ich habe mich gesehen. Ach... Kuckuck! Schade, niemand dort. Mann! Mann! Was ist denn hier, oder? Ne, da oben war. Hahahaha! Wo, wo? Von der anderen Seite! Ah, unten schätzt sie, wie viel hat ihr ihr Leben? Ah, unten schätzt sie, wie viel hat ihr ihr Leben? Ah, unten schätzt sie, wie viel hat ihr ihr Leben? Ja, das wäre besser, aber ja. Alter! Machen wir keine Angst, gell? Wut! Ja, ist klar! Von Lady Strong hat jemandes Bild gemacht. Toll. Wahrscheinlich jemand irgendwelche Fällen. Geh mir nach oben. Ooooooh! Junge, Junge, Junge! Hahaha! Toll! Wieso musst du also sofort zum Snyder kommen? Oh Gott, verdammt die Moral! Ja, da ist er, ja. Da bist du weg! Nein, nein! Oh, wieso musste ich nachladen? Da habe ich einen gesehen. Oh, so knapp! So knapp! Das konnte ich nicht ledigen. Ey, du bist weg, Mia! Ja! Hier und ich... Du! Nein! Fuck! Ey, das kann nicht sein! Wut! Hinter dir! Musst du auch schauen, gell? Du kleine, aber schnüchel Lücken! Schlimme! Ich bewege mich langsam mit der Waffe, aber ja, alles gut! Ja! Ey, ich hatte dich, Gunter Strike! Ohne Scheiß! Wenn jemand schießt auf dich... Ja, von hinten! Ich bin einer von 10 Besten, oder was? Danke! Tja, hasse ich! Ah, jejeje! Oh, habe ich jetzt Sniper! Komm! Nein! Nein! Erb... Äckste! Äh, lol! Hehehe, lol! Wie erschwingt! Wie auf Felschse! Wunder, das... Mann! Junge! Die schrecken mich zu... ... zu Tode! Wenn ich blocke es nicht... Ja, habe ich nicht! Ich bin gleich weg! Okay... Da! Ich bin gleich weg! Ich bin gleich weg! Eieieiei! Ich bin gleich weg! Bei mir so klar! Das wird gleich weg... sein! Weg dann! Wow! Eieiei! Der hat mich weggeholt! Eieie! Eieiei! Eieie! hab ich gemacht. Du kleiner Arsch. So, Leute, das war's. Wir haben gewonnen. Juhu. Rock'n'Roll. Ja, das war's und wir sehen uns in dem nächsten Video. Ciao.